Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milz? Mit ohne. Stefan, der Pulli steht dir voll gut. Lass dir mal die Synapsen blitschen, den hab ich jeden Tag an. Nimm dir mal ein Beispiel an mir. Komplimente verbreiten gute Laune. Meiner Frau hab ich ja gestern gesagt, ich würd's schön finden, wenn sie sich die Haare wachsen lässt. Ach, das ist tatsächlich sehr süß. Also mit Wachs, die Rückenhaare. Einmal die Vier und eine mit Liebe gemachte Leberwurststulle. Pass auf, Stefan. Ihnen wollte ich schon immer gerne mal eine schmieren. Also Menschen machen übrigens gerne Komplimente, die ihnen auch selbst gerne zugeschrieben werden. Los, Stefan. Probier's wenigstens mal. Anke, du bist der einzige Mensch, der Farbe in mein tristes Leben bringt. Danke, Stefan. Geht doch. Bei deinen Preisen ärgere ich mich grün und blau. Oh, nach 1432 Euro sammeln Sie Sympathiepunkte, haben Sie eine ACC-Akut-Card oder sind Sie im Charming-Bär-Club? ACC-Akut? Das hilft gegen Schleim. Oh. Danke, danke. Täglich in Guten Morgen, Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App. Bei. oya. Bei. ickt gun. club Regard. ל. technically.